Wird wirklich ziemlicher Kampf bzw. Krampf werden morgen. Und dann Moinsen zum Vorbericht zum Spiel morgen gegen Arminia Bielefeld. Das nächste 6-Punkte-Spiel steht an 15.30 Uhr und angepfiffen in der Mercedes-Benz Arena. Joach, bei Bielefeldern läuft es auch nicht so, nicht wirklich. Die sind tatsächlich auch noch unter uns in der Tabelle. Noch keinen Saisonsieg gefeiert, bisher nur ganz viele Unentschieden gesammelt. Und trotzdem wurde jetzt vorm Spieler wieder die typische Job-Garantie ausgesprochen für den Trainer Kramer. Da hat natürlich auch der gute Arminian-Tuber eine andere Meinung zu. Gerne das Video abchecken, wo wir im Vorbericht ein bisschen gequatscht haben, was schon am Mittwoch online ging. Natürlich dann noch viel mehr Expertise zu Bielefeld. In dem Video von ihm haben wir einen recht kleinen Kader, die Bielefelder. 24 Spieler haben aber auch absolut keine Verletzungen. Also passt das bisher. Von den Bielefeldern haben wir Romero Massimo bei uns im Kader. Den haben wir ja 2018, 2019 glaube ich schon geholt. Noch unter Reschke. Dann eben zwei Jahre aus hin zu Bielefeldern dann geholt. Also ist jetzt eben wieder zurück nach der Laie bei uns. Auch da fehlt noch ein bisschen der Durchbruch bei uns. Aber er könnte gegen seinen Ex-Klub spielen morgen. Ist wohl wieder fit. Bei der Liga Pleite gegen Mainz am letzten Spieltag haben sie in einem 3-1-4-2 gespielt. Sind das torungefährlichste Team der Liga mit sechs Hütten nach zehn Spielen. Deswegen, bei denen geht es morgen auch um absolut alles. Der Kampf ist absolut vor Programm mit morgen. Vor diesem Spiel stehen wir auf Platz 13. Zehn Punkte aus zehn Spielen geholt. Fünf Punkte mehr als Bielefeld. Die sind auf Platz 17. Vier Punkte vor Kreuter Fürth, die da wirklich sehr, sehr abgeschlagen sind. Und auch vier Punkte hinter Augsburg, die auf dem Relegationsplatz stehen. Also auf Platz 16. Ja, auf denen wir auch stehen könnten. Sollten wir wieder reinkacken und eben die anderen Ergebnisse das auch so liefern. Dann könnten wir in die Landspielpause reingehen auf Platz 16. Was sehr, sehr böse wäre. Auch sehr böse nahe an die direkten Abstiegsplätze würde man dann heranrutschen. Und die nächsten Spiele werden ja schwer. Also in der Landspielpause kommt Dortmund auswärts. Und danach gegen die starken Mainzer zu Hause. Und Bielefeld, ähnliches Ding. Bei denen wird das Spiel auch sehr, sehr hoch gehangen. Von der Wichtigkeit wahrscheinlich bei uns ja auch. Weil danach Wolfsburg zu Hause ist. Und danach kommen die Bayern. In der Gesamtbilanz gegen Bielefeld sieht es ganz gut aus sogar. 19 Siege, 11 Unschieden und auch 11 Niederlagen gegen die Arminen. Zu Hause spricht die Statistik nochmal eine klare Sprache für uns. 12 Siege, 7 Unschieden und 2 Niederlagen. Letzte Saison war es mal wieder eine Pleite. 0 zu 2 am letzten Spieltag. Und das war dann, wie gesagt, es sind nur zwei Stück. Das war dann die erste Pleite wieder aus Zeit 1982. Ja, letzte Saison auch generell. 0 zu 5 verloren in Summe gegen Bielefeld. Also da steht Gutmachung auf dem Papier. Wir machen erstmal das Personal-Update von Rino von der Pressekonferenz. Wer nicht zur Verfügung steht. Also, Marmusch, Mafropanos, Führig, Tommy und Kempf nicht dabei. Müller ist fraglich wegen den athletischen und energetischen Mankos nach der Corona-Infektion. Silas bleibt die Hoffnung auf dem Kaderplatz in Dortmund nach einer Spielpause, wie wir schon wissen. Also, es wird mal wieder eine neue Startelf. Das ist natürlich auch nicht geil, dass du ständig rotierst in der Startelf. Oder rotieren musst in der Startelf, sagt man es immer so. Hinten dann vermute ich erstmal Bredlo, würde ich mal so rauslesen. Antoni wird spielen, der jetzt eben erst seinen Vertrag verlängert hat bis 2025. Ganz frisch. Und Itur wird wahrscheinlich auch hinten bleiben. Und dann wird auch Karasor, der zurück ist, nach Gelb-Rot-Sperre plus, nach leichten Versetzungsproblemchen, ist er zurück. Ich tippte mal in die Innenverteidigung hinten rein. Natürlich ist auch Mola eine Option, aber ich sehe es eher so. Dann auch Mangala und Endo. Wie immer recht gesetzt. Ähnlich auch bei Sosa links, nachdem auch Tommy ausfällt. Wie gesagt, auch da vielleicht Mola möglich. Oder auch ein naher Teil, der das auch schon mal gespielt hat. Aber ich glaube es einfach nicht. So auch die Davi gerade recht sicher eigentlich. Der macht gerade keinen schlechten Eindruck. Förster, ja, setzt sich auch rein. Ist nicht so formstark. Ich weiß. Aber Sintay Klimovic und Kulibali und was immer da vorne rupb rennt, auch absolut nicht. Deswegen hoffe ich mal dann vor allem auf einen frischen Wind von Massimo. Es kann gut sein, dass er auch erstmal Kulibali bringt, Massimo von der Bank. Aber laut der Pressekonferenz ist er zumindest wieder am Start, Massimo, was ja schon mal gut ist. Ganz vorne sehe ich auch noch keinen Fahr hier. Da klingt weiter nach, als würde er nur von der Bank erstmal kommen und nicht eben fit für 90 Minuten. Also, ja, wieder alternativlos Hamadi Al-Ghadoui vorne drin. Hat ja auch damals gegen Bielefeld getroffen. Diese schöne 0-1 in der zweitiger Saison, wo es noch richtig lief unter Walter. Last-Mill-Treffer in Bielefeld im Top-Spiel. Ja, die müssten es halt einfach richten. Dann die Startelfen mussten es halt einfach richten. Es ist ein bisschen langsam vorne, dafür ein bisschen körperlicher. Das könnte helfen. Was vor allem helfen könnte eben dann, ist, dass du die ganze Spritzigkeit, das ganze Tempo, die ganze Kreativität so ein bisschen auf der Bank hast und eben mit den Einwechslungen dann bringen kannst. Thema Prognose ist wieder recht klar, wie auch schon beim Augsburg-Spiel so. Aber eigentlich noch mehr, weil du eben ein Heimspiel hast. Aktuell sind 31.500 Karten verkauft. Morgen, wie gesagt, erwarten es ja wohl 33.000 Zuschauer. Leider alle mit Maske. Während dem gesamten Spiel auch am Platz. Überall, außer natürlich, man trinkt, man isst. Deswegen, ich bin mal gespannt, wer da sich morgens so alles dran hält. Wegen eben der Warnstufe in Baden wird man, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch gequatscht. Im Podcast, der heute auch noch online ging, vorhin schon. Das könnte den Support ziemlich killen. Bin sehr, sehr gespannt, wie das morgen wird von der Atmosphäre. Weil es könnte erstmal sowieso killen, weil du singst in eine Maske rein. Da kommt nicht alles wieder raus, doof gesagt. Das blockiert einfach. Vielleicht haben auch manche da einfach keinen Bock, in eine Maske rein zu singen. Das kann auch gut sein. Wenn eben die organisierte Stimmung am Start ist. Da gab es doch zumindest keine offizielle Meldung zu von denen. Aber es würde zu den Aussagen passen, dass sie eben sagen, ey, das ist wieder ein Schritt zurück, den wir nicht wollen. So Normalität, nett mit 2G und wieder keine Masken im Stadion. Und wir haben unseren Stehblatt zurück und so weiter. Das ist okay, dann machen wir. Da sind wir dabei. Aber es ist halt schon wieder so ein Schritt zurück mit der Maske. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn er morgen ein bisschen weniger kommt. Wenn nicht sogar einfach ganz der organisierte Support halt wieder ausfällt. Wie wir es noch von vor Union kennen. Mal gespannt, wie es dann morgen im Stadion wird. Bielefeld ist auch wie bei Augsburg vor dem Spiel, kurz vor einer Trainerentlassung. Da haben wir so ein bisschen die Parallelen. Es ist halt auch ein Spiel, das dann für mich wegen der Tor-Nicht-Gefahr, sage ich mal von beiden Teams, durch ein Tor, durch eine Aktion entschieden werden könnte. Das wird wirklich ziemlicher Kampf bzw. Krampf werden morgen. Fürs Zielklasse halt, das Bielefeld auch hat, das wir auch haben. Absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Und weil, wie gesagt, beide haben schwere Gegner nach der Länderspielpause. Jetzt ist ein Zeitpunkt, wo du punkten musst, wo du es nötig hast zu punkten. Haben unsere Siege auch zu Hause geholt bisher in der Saison. Ich habe auch schon vor Augsburg das gesehen. Jetzt sehe ich es nochmal ein bisschen die Parallele zu der Situation von vor dem Hoffenheim-Spiel. Da hatten wir auch einige Spiele, wo wir gerne mal doch einen Sieg hätten mitnehmen müssen, wo wir lange auf den Erfolgsschiffen gewartet haben. Das wäre jetzt auch wieder so ein Zeitpunkt vor dem Bielefeld-Spiel morgen, vergleichsweise mit dem Hoffenheim-Spiel, was wir damals ja auch dann geschafft haben, mit dem 3-2-1-Sieg. Also ich gehe auf ein absolut enges Spiel. Ich tippe hier nicht mal auf ein 2-2-1, nicht mal so hoch wird es fallen. Ich gehe auf ein 1-0-Kampf-Sieg morgen. Ihr könnt natürlich auch wieder abstimmen im Community-Tab. Voting ist da drin. Sieg und Gina-Niederlage. Ihr wisst Bescheid. Natürlich generell Meinungen zum Spiel, zu allem, was hier gesagt wurde, ab in den Kommentaren. Und hier wird immer der gesamte Spieltag getippt. So auch in der Kick-Tipp-Runde drinnen. Diesmal auch sogar mit Begründungen. Dafür müsst ihr aber rüber zum guten Amin-Tuber. Das zweite Video, was wir aufgenommen haben, ist auf seinem Kanal. Und da haben wir den Spieltag getippt. Ja, wir hoffen sehr, sehr auf ein Erfolgserlebnis morgen. Natürlich der Stadion-Vlog. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.